Was ist die Zusammenarbeit mit dem Hause CEDES? Also die Zusammenarbeit mit dem Hause CEDES ist ja jetzt schon über lange Jahre erfolgreich gestaltet worden. Wir kennen das Haus CEDES als innovatives Unternehmen und als zuverlässigen Partner. Und uns ist es wichtig, innovative Lösungen zusammen mit unseren Partnern für unsere Produkte, für den Markt zu entwickeln. Der Know-how-Austausch mit unseren Technologiepartnern ist im Zuge der Vernetzung der Systeme über serielle Bussysteme wie CanOpen immer wichtiger geworden. Wir müssen mittlerweile wesentlich interdisziplinärer denken, agieren und entwickeln. Und von daher halten wir den Austausch dieser beiden Schnittstellen für essentiell wichtig für den Erfolg der Produkte aus beiden Häusern. Die Erfahrungen, die wir bislang mit iDiscovery gemacht haben, sind durchweg als positiv zu bezeichnen. Wir testen das Produkt seit geraumer Zeit, seit Ende letzten Jahres, live an Aufzügen. Der Ansatz, den das Produkt hat im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, ist ein etwas anderer von der technischen Komplexität. Wir sehen einfach, dass wir sehr vielschichtig damit agieren können und dass das Produkt einfach in Betrieb zu nehmen ist. Und von daher glauben wir an den Erfolg dieses Produktes. Wir sehen einfach, dass wir sehr gut sind, dass wir sehr gut sind, dass wir sehr gut sind, dass wir sehr gut sind. Wir sehen einfach, dass wir sehr gut sind, dass wir sehr gut sind, dass wir sehr gut sind.